hallo und willkommen meine lieben abonnenten ja aus technischen problemen heraus ist es so dass jetzt fast forest und grounded die letzten drei tage ausgefallen ist oder ich habe es ausfallen lassen weil ich ärgere mich darüber dass xbox netzwerk irgendwie voll am rumsprassen ist und dementsprechend ein riesiger ping da ist also ein schlechter ping und bei forest und phasmophobia ganz besonders bei den beiden würde sich das auch nicht gut machen und dementsprechend wenn der upload nicht so richtig funktioniert sondern ist das natürlich schlecht und ja das als kleine information es geht auf jeden fall weiter natürlich am besten morgen schon das heißt auf dem sonntag dass ich zumindest ein video schon mal bringe und das jetzt als vorab informationen dafür dass ihr nicht denkt ich habe es eingestellt oder ich pausiere längere zeit nein das tue ich nicht natürlich gebe ich wieder gas sobald es besser ist sehe ich zu dass ich zusehe ansonsten sind es eben halt videos ich denke mal so schlimm ist das dann auch nicht die sind dann allerdings auch ein bisschen kürzer ich hoffe das hat euch soweit gefallen die information vielleicht werden noch kein abonnent ist legt jetzt noch mal schnell ein abo an denn demnächst geht es wieder mit vollgas weiter und dementsprechend ich freue mich schon bis demnächst ciao ciao ich freue mich schon bis zum nächsten Mal